Mein Name ist Gerd Gauglitz, ich bin Dermatologe in München. Wir arbeiten mit dem Lettend ProPlus schon relativ lange, also eigentlich schon bevor er wirklich nach Deutschland kam. Die häufigste Behandlung, für die wir den Lettend ProPlus verwenden, ist wirklich die Behandlung von eingesunkenen Akmennarben und dann eigentlich in erster Linie wirklich zur Behandlung von Ritznarben, also diesen Selbstverletzungsnarben Für diese Patienten sind diese Selbstverletzungsnamen natürlich eine unschöne Erinnerung an eine Zeit, wo es ihnen eventuell in ihrem Leben mal nicht so gut ging.